Kann ich sagen, dass ich dieses Game komplett durchhabe. Oh, es ist dunkel, das ist geil. Wie viele sind das bei denen? Das ist die Loba Draw Ridge. Das ist die Loba. Das ist ein Segen. ich trinke ein fucking schütze mit der kleinen fitze kommen wir hier nicht durch ja stimmt mit vier Sekunden kann man auch ertrinken oder ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist echt Das ist nur wegen so einer kleinen Pfütze hier vorne wieder Ja, wo die dort stehen, dann werden sie definitiv bei mir Ich weiß doch irgendwie nicht durchs Wasser gehen so Ja, sie können nicht mehr stehlen 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 Wie super gefährlich mal wirkt Ja, sie können nicht mehr stehlen Ja, sie können nicht mehr stehlen Ich verballere gerade sämtliche Munition hier rein Oh ey, was verwegen die denn jetzt nicht? Das war eine Mütze, oder? Oh, ein Dicker! Ernsthaft? Ich hab keine Mütze mehr! Was? Oh, Stiropor! Arschler! Gar gemein! Oh, Scheiße! Was futsch? Doch, ich hab's gesehen, aber dass er ganz weg ist! Trotzdem, da wüsste ich ihn da mit, weißt du, er kippt zusammen und macht's Puff und da... Alter Volker! Oh, da sind ja die Westen hier! Diesmal mal fünf Sekunden lang weg, ne? Schon ist das hier alles wieder dreckig! Und ich sag dir, die juckt das nicht, dass ich die abknallet! Ich bin mal noch ein Tester! Ich weiß nicht, am Anfang, wo wir gegen die Röntgen sind und nicht der Meinung sind sie intelligenter! Und aggressiver, ja! Und aggressiver, ja! Und die kommt! Und die gehen weg! Oh, Scheiße! Ich will die ganze Zeit den kleinen Scheißer erwischen! Und nicht den Runner! Ja! Oh, Lucy kannst du auch nicht weglaufen! Oh, die sind jetzt auch erledigt! Oh, die sind jetzt auch erledigt! Oh! 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 ist die hülle da ist das wasser da ist eine hülle die haben zwei hüllen sogar zu verständigen und nicht anders hier sind wir noch einen schritt ach wie süß echt du kannst da nicht rüberwerfen ja und die kommt tatsächlich hier nicht rüber ey so was das net mann die tru oder nachgasse dem fall ja eh neue position sogar nix mit dem bruch ich würde auch sagen die spreuung mal zu trinken naja doch ich bin hier tatsächlich rüber weil sie da diesen punkt erreicht haben kommen sie hier tatsächlich rüber lass das ich bin sensibel ich hab gesagt du sollst mich nicht anfassen die finde ich auch immer wieder aufstehen guck mal die haben sich anhand von körpern eine brücke geboren ich bin lieber gucki und touch me don't touch my body das nennt man körperbrücke die horde ist auch im arsch ich hab ihn jetzt freigeschalten oh jetzt für das das magazin sehr nice rücheln sammeln das ist doch stereopor aufgehoben ja ne beim bandigen ich glaube ich habe es nie gesehen gar nicht aufgehoben letzte 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 was ist die letzte rorde 7 von 13 wie viel tatsächlich schon 85 prozent habe ich jetzt erst dann sind das diese wanderhorden die du immer nur so triffst da habe ich alle horden weg das ist nur nur hier in dem bereich sind die die mir fehlen hier habe ich alles ok hier ist sogar noch hinter halt hier horde dort also sonst habe ich jede horde gekillt nur hier fehlen mir sechs stück das finde ich jetzt gerade schon so ein bisschen in hart ich bin dabei kämpfen wo wir gerade hier sind ich bin jetzt hier und ja wir sehen wirklich aus wie verdammt miese typen nein bitte keine männer schicken spaß habe ich ooo danke tschüss hahaha Panser! Ach, das ist ein bisschen gepansert. Mhm. Ja. Ja. Da habe ich glaube ich gerade alle drei erwischt. Obwohl die eine Waffe wurde gerade aufgehoben. Ja, einer liegt da oben drauf. Gehen los da wieder rein! Die draußen ist uns gefährlich. Die sind böse Männer unterwegs. Oder einfach nur ich. Echt? Sind die nur noch die beiden da oben? Die haben da sich eine Brücke draufgelegt. Okay. Soll ich auf jeden Fall ein bisschen blühen. Ach. Was sagst du jetzt? Hör! 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 Das war der Rest. Oh mein Gott. Nürnere Krem. Jäger. Freigesteit. Nürnere Krem. Erledigt. ich habe ein paar leben lassen ich finde es cool, dass Weaver das jetzt übernommen hat und schließlich geholfen natürlich ok, nochmal hier der Freihäufer jetzt gibt es einen Plünderhäufer vielleicht hat das nämlich auch irgendwann mal erledigt und hier ist James Weaver ich habe einen Job für dich wenn du in der Gegend bist Weaver, hey, mal sehen was ich tun kann sie ist tot sie ist tot kommt die denn her noch mal einen gesehen Plünderer, die die Plünderer ausblindern wollen ich vermute mal, wenn die hier so viele Aufträge haben hier noch Wizard Island zurück Rede mit Weaver vermute ich jetzt einfach mal, dass da aus dem Meer noch Missionen kommen damit man alles schafft das tippe ich jetzt mal drauf jetzt also ich werde jetzt hier noch hier mit Ricky das Treffen machen dann mit Weaver reden und dann die Ringe holen weil dann haben wir platt gemacht finde ich gerade irgendwie so ein bisschen blöd dass die anderen einem nicht angezeigt werden aber ja gut aber nichts dran ändern ich komme sogar noch hin Byron Mike's Kappe suchen müsste schon Wir gehen so weit ich gehe Leer, Leer, Leer So lang wie geht's dir dass man jetzt immer noch nicht so diese zutaten kaufen können wenigstens jetzt immer vorsichtig nach hause zu das ist alles für hat das gemacht muss man in der panik schieben das dinge gleich vollspeed gibt oder nur der sauer das 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 das